Um Leben zu retten, ist schnelles Handeln gefragt. Unsere Notaufnahme ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für akute und lebensbedrohliche Notfälle da. Wenn Sie bei uns ankommen, wird Ihre Situation sofort durch besonders geschultes Personal eingeschätzt, um die Dringlichkeit Ihrer Behandlung zu bestimmen. Bei einer lebensbedrohlichen Situation werden Sie umgehend in den Schockraum gebracht und sofort behandelt. Falls Ihr Fall nicht kritisch ist, können längere Wartezeiten auftreten, da schwere Notfälle sofort behandelt werden. Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen oder geben diese, falls möglich, Ihren Angehörigen. Als nächstes werden Sie von einer spezialisierten Pflegekraft untersucht und gegebenenfalls für weitere Untersuchungen und Behandlungen vorbereitet. Laboranalysen oder Auswertungen bildgebender Untersuchungen wie Röntgen, CT oder MRT können ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nach der Erstversorgung und weiteren ärztlichen Untersuchungen entscheidet das Ärzteteam, ob Sie stationär aufgenommen werden müssen oder wieder nach Hause dürfen. Ebenso wird Ihnen Ihre Diagnose mitgeteilt und die weiteren Behandlungsschritte besprochen. Wenn Sie nach Hause gehen, erhalten Sie von uns noch den Diagnosebericht für Ihren Haus- oder Facharzt. Falls Sie bei uns in der Klinik bleiben, sorgen wir für die Unterbringung in der entsprechenden Fachabteilung und informieren Ihre Angehörigen. Wir wünschen Ihnen gute Besserung.